Willkommen zurück bei Sugar Factory Nein Spaß bei Candy Crush Nein Spaß ha 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 Wir sind hier bei Madpack 3 I'm so fucking funny as hell Och nee Was? Lolly und Baby Lolly Brauchen wir die Dinger? Lolly und Baby Lolly? Hä? Was macht die jetzt da draus Sugar Daraus sieht jetzt Sugar Nööööööh Ja gut ähm Es gibt HOLD Nein, das passiert beim anderen. Beim Ofen. Oh, Sugar vornehmt's. Genau, weil dieser Sugar, das wird für Sugar vornehmt's auch. Sugar, 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 so. Ochi. Gesundheit, Penny. Danke. Wie wusstest du das? Ich hab... gehört. Was ist der Brennstoff dafür überhaupt? Was ist der Brennstoff? Ja, für diese Dings hier. Zucker. Ach, Zucker. Dann mach ich jetzt eben Zucker. Sugar. Mein Gott, Zucker. Aber für die Advanced, Alter, braucht man zu viel. Trampolin. 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 Oh mein Gott, Benny. Oh nein, ihr bekommt nur Vollschaden. Hallo. Hallo, Krita. Oh mein Gott. Was ist denn voll... Kacke. Wupp. Ich hinde mal auf. Also... Um was kümmerst du dich? Um welche Quest? Mama... Bicke. Nein! Oh, ja, los, los, fight, fight, los, machen fertig, los, ja. Ich höre meine Aufnahmen auf. Benni, fight. Tch, 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 tch. Ja, ich gehe mal in die Decke, ne? Ich habe aufgehört aufgehört. Okay. Und. Bis gleich. Tschüss. Was ist das? Brom, Kabinett, äh, äh, Kabinett, äh. Alter. Kabinett, äh. Ähm, also machen wir mal die Quests weiter. Hier haben wir schon mal, was ist das hier? Honey Emblem. Honey Emblem. Oh, nee, Honey Emblem. Honey Emblem. Heilstein. Honey Comp. Was macht denn Honey Comp? Bestimmt ist das nicht das. Bestimmt die andere Factory retten. Doch, die Factory, okay. Okay, alles reinballern. Ähm, ich nehme mir noch, ey, ich mache jetzt mal trinken auf und trinke runter. Jetzt habe ich gebraucht, ey. So, machen wir jetzt mal weiter. Honey Emblem. Ähm, Honey Emblem, wie macht denn das? Hellstein. Zum Glück habe ich noch welche. Okay, da muss ich alle Tools machen. Da muss ich alle Tools machen. Zwei. Die brauche ich dafür. Honey Emblem. Ähm, ähm, acht Stück. Acht Stück, acht Stück. Also, wir müssen zurück in der Aäta. Ähm. Komm, noch drei Stück. Nein, noch. Ectoplasen. Komm, noch, noch einen, noch einen, noch einen. Noch einen. Noch einen. Es gibt Kekse. Ich habe das ja, Kekse. Ähm, ich kann jetzt nicht so unterhalten. So, acht Stück. Heilsteine. So. Emblem. Was macht das Emblem? Honey Emblem. Okay. Nächste Quest. Garlich. Christ. Christmas Tree. So. Ähm. Jo. Dann noch ein Geschenk. Noch ein Geschenk. Ähm. So, das war's. Yeah. Ich finde die Fischevölker, wie die da ran schwimmen. Fischi, Fischi, Fischis. Fischis. Und. Oh. Das, ähm. Nächste Quest. Nächste Quest. Nächste Quest. Nächste Quest. Entschließ. Karamellboh. Karamellboh. Karamell. Oh. Karamellboh. Was brauche ich noch dazu? Honey Arrow. Honey. Moment. Faden. Faden, den wir nicht besitzen. Ach, komm schon. Faden. Kann man Faden herstellen? Lachs. Warte mal, aus. Haben wir Wolle? Scheiße. Wir haben keine Wolle. Dann heißt es wohl, ab in den Aeter. Again. Ab in den Aeter. Jetzt muss ich irgendwie sterben. Das mache ich am besten ohne Wissung. Komm, töte mich. Danke. Was? Nein, man kommt nicht zurück. Nein. Ich glaube, ich weiß, was man machen muss, um zurückzukommen. Dafür brauchen wir erst, dass wir in dieses Portal gehen. Oh mein Gott. Du hast so Farben. Kein Ernst. Was ist das denn jetzt? Cotton Candy, ey. Hier ist alles ein Candy. Das nervt mich. Einmal zum Haus fliegen. Pju. Fuck. Einfach nur Scheiße. Ähm. Ich muss ins Aeter. Ich weiß schon wie. Nimmt mich. Äh. Äh. Mach mich kaputt. Mach mich kaputt. Los. Danke. Nein. Ich spawn hier. Fuck. Fuck. Wir kommen nicht in der Aeter zurück. Scheiße. Doch. Wir brauchen. Warte mal. Obsidian? Wasser? Eisen. Bucket. Blumentoppen. Okay. Einmal. Einmal mehr. Einmal. PZ-Dust. Toll. Wo soll ich jetzt PZ herkriegen? Kacke. Kacke. Wie heißt denn einmal auch? Nicht Bucket. Was heißt denn? Nicht Bucket, oder? Scheiße. 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 Du bist rumkackt. Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, wie viele Mikro-Blöcke. Scheiße. Doch. Ein Eimer. Das braucht doch niemand hier. Scheiße. Alter, ich kenne die Dinger. Rote Materie. Oh mein Gott. Das wär's, aber... Was ist denn? Ein Kran-Magnet. Oh scheiße, ist ja dieser Mod. Respekt, wo du da hast. Geplasm haben wir sogar. Kacke. Hm. Fuck. Ich brauch' nen Eimer. Ich brauch' nen Eimer. Warum bekomm ich nen Eimer? Naja, das war's jetzt mit dieser Folge. Und ja. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.